Und das Problem ist, dass es einige Leute gibt, Achi, die Muslime sind, die so djehild sind, dass sie in dieser Sache Schubuhat bekommen. Wenn man überhaupt mal Muslim sagen kann, Achi. Die dann sagen, ja, die denken, guck mal, du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, da kommt jetzt Karl-Heinz, Karl-Heinz kommt, verstehst du? Und Karl-Heinz sagt, ja, aber im Islam, da gibt es ja, da gibt es ja beispielsweise in einem islamischen Staat, da gibt es zum Beispiel die Hand abgehakt für jemanden, der stiehlt. Das finde ich aber nicht schön. Guck mal, derselbe Minderwertigkeitskomplex, dann sucht der so lange, weil der denkt sich dann, ja Mensch, Karl-Heinz ist doch aus Europa und die Europäer haben doch die Kaffeemaschine erfunden. Und die haben doch, die haben doch das Auto, der kann das doch nicht, die haben doch Verstand. Wie kann das sein, dass er das schlecht findet? Wisst ihr, was der dann macht? Der sucht dann so lange nach irgendeiner Erklärung, bis er dann sagen kann, ja, nee, das können wir heute anders verstehen. Ja, das ist dann so das Modell so, das ist der Islam, dann macht er so, aber Kadabra Simsalabin, da, jetzt ist es anders. Eben war noch Hand abpacken für Diebstahl, jetzt haben wir es umgeändert. Und Karl-Heinz, gefällt es dir jetzt? Dann sagt Karl-Heinz, ja, aber Kopftuch. Ah, Kopftuch gefällt dir nicht, Moment. Jetzt gibt es kein Kopftuch mehr im Islam. Und Karl-Heinz, willst du jetzt den Islam annehmen? Ja, aber da gibt es bei euch noch, wie heißt es? Hier, Ehebrecher, Ehebruch ist verboten. Moment, heutzutage können wir das alles anders verstehen. Heutzutage gibt es ja Verhütungsmittel. Und wie ist es jetzt, Karl-Heinz? Jetzt, willst du Islam annehmen? Ja, aber fünfmal am Tag beten? Nee, nee. Du musst nicht, du sollst. Und jetzt, willst du Islam annehmen jetzt? Ja, Fasten ist kein Problem. Wenn du nicht fasten kannst, wenn es schwer für dich ist, dann lass. Jetzt, Karl-Heinz, wie sieht es aus? Willst du jetzt Islam annehmen? Ja, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ich will eigentlich so bleiben, wie ich bin. Oder jetzt sagt er ja, okay, ich nehme Islam an. Der hat aber dann nicht Islam angenommen. Der hat eine neue Religion angenommen. Das ist nicht Islam. Islam heißt, sich Gott ergeben. Ergeben. Ergeben heißt, ich höre, Allah sagt was. Und wir sagen, wir gehorchen. Und ich, wir hören. Und dann verdrehen wir ein bisschen. Machen unseren neuen We-Mix. Dann sagen wir, ja, jetzt gehorchen wir. Ach, das ist, der verkauft sich selbst für Blöde. Dann sag lieber, dann sag lieber. Ich trage kein Kopftuch, aber ich mache einen Fehler. Ich trinke Alkohol manchmal. Ich weiß, es ist falsch. Ha, ich habe da einen Fehler und da einen Fehler. Aber lasse die Religion so, wie sie ist. Subhanallah.